ja mama ich will den stream starten bitte funktioniert das diesmal auch das wäre super süß super toll wäre das das würde mir sehr spaß machen ich sehe was ich sehe den stream leute ist was das denn alles klar dann gehen wir mal voll schön in game aber komischerweise sind wir heute ganz alleine man sieht meine maus oder das mag ich nicht trotzdem werden wir nichtsdestotrotz einfach ein spiel laden der war das oder und sagen hey gucken wir uns mal um schon wer ist nicht da der meldet sich nicht ich gucke mal ganz kurz auf mein handy vielleicht meldet er sich ja jetzt schweres temi sucht ich ja das ist wow gut gut ist schon wer ist nicht da weswegen ich jetzt hier alleine ein bisschen rumrenne ich bin nicht menschlich ich habe einen sack auf dem kopf okay muss man sich erst mal wieder dran gewöhnen wenn man die woche nicht guckt hallo aufzug sind sie da hallo kommen sie mal hoch hier dollar dollar noch ein stück so schon wäre mir das super show übrigens ganz cool werde ich wahrscheinlich gleich ändern wenn ich tot bin oder so weil das passiert dann kann ich nämlich schreiben die termina super show mit ohne schon wer das gute daran ist dass schon wer müffelt da hat sich einfach nicht mehr gemeldet heute ich hatte mein schild nicht an holst mich schlagen was mich schlagen ich bin gerollt warte das ist rollen was hat er gerade gemacht wieso zeigt mir mein chat nicht an ich muss die seite neu laden ich sehe und die chatten in obs aber ich sehe twitch zeigt mir aus dem grund den chat nicht an ich wenn ich den kleinen franz hier tot habe wie hat er mich gerade nicht geht wenn verwirrt dann kann ich den chat gleich sehen jetzt sehe ich den noch nicht weil twitch denkt nur kommt chat doof langweilig wie geht es dir er ist mein schild du machst den kaputt und matsch und oh ok habe ich einen mitbekommen das ist aber ok gehen sie mal ein bisschen zur seite mein freund ok komm den blick sich jetzt tot und hier gleich kann ich nicht sehen ich könnte mir den schwanz abschlagen aber ich bin ich lust drauf auf steht nein so jetzt gucken wir mal kurz was da los ist mit twitch das ärgert mich ja jetzt schon das ärgert mich ja jetzt schon was soll die scheiße lade doch bitte den chat dein freund crow sieht ebenfalls zu das ist schön noch schöner wäre es aber wenn schon wer zuschied das geht schneller gargoyle man kann ich nicht lesen wie gesagt wird schon ins chat nicht angezeigt ich habe irgendwas bekommen gargoyle hellebade ja leck mich die ist glaube ich schlechter als die normale hellebade ich höre dinge ist dass der aufzug aus dem was ich gerade standbild wunderschön ich habe fünf zuschauer keiner davon scheint schon mehr zu sein oder bekomme ich schwert ich habe jetzt gerade aus dem fenster geht es ist gut okay alles klar aber auch nur weil schon das stinkt ja und die mein anderer schwertmann der ist nicht da benutzer moderieren oder benutze ein timeout versetzen was davon hat nochmals wert gegeben weil sie nicht mehr ja komm komm hallo geht es jetzt okay jetzt bist du moderatoren soll das mal sehen wo bin ich aber noch irgendwo eine schatztruhe wenn jetzt ein standbild kommt und ich runter springe deswegen dann werde ich aber ein bisschen fuchsig weiß man ja nie was denn schon wer hat doch auch ein schwert und der ist viel schlimmer als kalle krawalle der kommt nämlich nicht mal zu schon werden das superschau sogar kalle ist hier aber das ist schon werden das superschau weißt du da denk mal darüber nach ich glaube ich muss schon werden schwerten so so geht das ja nicht dann ist er kein schwer mehr dann ist er nur noch wer und wer will schon wer sein gab es hier nicht so einen geilen speedrun trick keine ahnung man muss von irgendwo runter springen oder erst mal im kreis laufen hier muss ich lang aber ich hasse diese stellen die so dünn sind schwert damit ist gut sie haben brüste willst du kalle mit brüsten sehen und die was da los ich weiß übrigens nicht ob ich jetzt die ganze zeit dark souls spielen werde wenn schon wenn ich kommt ja wer bist du denn hey freundchen ich bin nicht gesprungen okay ich muss noch mit dem neuen controller klarkommen eindeutig mach mach nochmal ich bin schwert damit verdammte scheiße kalle äh triple a körbchen ich will alle mit brüsten nein will nee nee willst du nicht tut mir leid da dass ich dich da aus seinen träumen reißen muss aber nee willst du nicht voll cool ist dass ich jetzt auch echt so eine dumme ansage gemacht habe hey schon wärm ja super schauben hey hey und wer ist nicht dabei schon wär nur minas ist dabei finde ich frech wenn denn irgendwer mal auf allen möglichen plattformen anschreiben kann tretet ihm mal bitte den arsch pass auf ich kann blitzig ich habe voll angst ich bin habe ich noch nicht so an den neuen controller gewöhnt und will jetzt hier nicht unbedingt einfach runter springen und äh den goofy schrei machen ich habe nichts gemacht ich stand hier nur mit dem blitz in der hand ich bin nicht schuld oh gott ähm es gibt brüste die man nicht sehen will ja so ziemlich hund äh 90 prozent der amerikanischen es gibt auch amerikanische frauen mit normalen brüsten das sind so 10 prozent der Bevölkerung alle anderen machen mir Angst ich glaube ich habe mich angespuckt ich mag das nicht oh noch mehr leute tot aber schade ich hatte übrigens diesen part in anor londo möglicherweise vom ich nenne es mal platforming gibt glaube ich keinen sinn am wenigsten ich habe mich wohl noch nicht ganz an den neuen controller gewöhnt ich habe und ja schon gesagt ich werde wieder dumme tote sterben der gargäule ist jetzt tot oder da macht mir keine probleme mehr ich bin schwer wie nass da habt ihr ja schon mal eure heutige dosis an ich sterbe dumm ach ja hund die du 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 ba blab und da er hat ja gesagt du willst dass ich die folgen hochladen ich werde wahrscheinlich jetzt eh jeden freitag einmal dark souls hochladen um 12 uhr oder so und meinen normalen mittwoch donnerstags freitags ne Dienstagmittag Donnerstag streamen auch Um 15 Uhr oder halt Andersrum ne das halt Sinn gibt Das Problem Ist nur ich habe ja Ich nehme Dark Souls auf Und streame gleichzeitig Das heißt einmal landet es auf Twitch und einmal habe ich Eine Datei auf meiner Festplatte Das habe ich mit den ersten drei Stunden mit der ersten Schon wir haben in der Supershow Dark Souls nicht Gemacht die habe ich mir Von Twitch gezogen und die Qualität davon ist So uns miserabel Dass ich echt nicht weiß ob ich damit sehr glücklich bin Komm mal runter Was willst du da hinten kommen Dich klatsch ich auch tot Ey Freundchen Du verletzt meine Gefühle Meine Messer im Bauchgefühle Ey Der befasst mich mit Messern Die Knallhart durch Stein Achso ich kann nicht schnell klettern Knallhart durch Stein Schnäudeln Da hinten liegen meine Seelen Da komme ich hin Easy Oder so Oh Gott Jetzt habe ich Druck auf Popo Ich will nicht meine ganze Seelen da drüben verlieren Dümpt Dümpt Gedükt Bump Dabau Ich hasse diesen Part Habe ich ja schon mal gesagt Sollen wir gucken ob der nochmal runter springt Das wäre voll awesome oder Also nur Da habe ich natürlich trotzdem Ey Freundchen Was ist das für ein Oh fuck Das ist aber nicht das netteste Verhalten Ich sehe sogar deinen schwulen Schatten Hey Fuck doch die Bitch Da wirst man schon Blitze Äh Bogen wäre nicht schlecht für die Ja Ist aber nicht nötig Weil mit dem Schild Ich kann die ja super easy wegmachen Und ein Blitz mit Ich sag mal mittlerer Reichweite Reicht komplett Außer der rennt plötzlich auf sich zu Und du denkst Ja was hat der vor Man bleibt dann stehen Wie so ein derblicher Terminus Pass auf ich sterb gleich nochmal Ist das ok Das ist ein Deal oder Kein Terminus ohne Tod Kannst du dich mal Kame Hame H Lass mal eintrinken Mit Magie habe ich das irgendwie besser im Kopf Die Karst ist du glaub Ich hatte den Messer an der Prost Die Karst ist du glaube ich schneller Wir gehen hier mal ganz casual und langsam drüber Los kein scheiß bauen Kein Terminus machen Was tust du? Nein Sorry Oder so Äh So ich bin jetzt wieder da Nachdem du Vater wieder Vater sein musst Der ist Terminus gestört Nein Nein Siehste ich habe die Menschlichkeit von vorhin noch im Inventar Ich bin nur sehr langsam hier drüber gelaufen Langsam Vollgas Oh Gott Wuh Okay Dann gehen wir eben die Leiter runter Ähm Blau läuft es sich bestimmt gut über solche Blanken Achso erstmal was trinken meinst du? Ja Dann hast du weniger Angst Dann kommst du da sicher auch drüber Oder so Da unten war schon der nächste Gargäuel Gegen den will ich aber eigentlich nicht catchen Das liegt nicht ganz Äh Die Stelle ist doch easy Ja Nicht wenn du Gicht in den Fingern hast Nicht wenn du Gicht in den Fingern hast Und ich hab schon bewiesen Dass ich Gicht in den Fingern hab Ach Der Turm bewegt sich Ist ja krass Oh shit Nein Bleib mal weg Tschüss Denk mich am Arsch Ähm Wir gehen jetzt hier runter zu Bonfrae Und ich glaub da gibt's auch einen Ring Den ich aber gar nicht will Weil der mir einfach überhaupt nichts bringt Ähm Da kann man doch locker drüber rennen Gehst du jetzt schon zu Priscilla Ich könnte zu Priscilla Aber ehrlich gesagt hab ich keinen Bock Ich glaube ich versuche Zu dem einen Bonfire im Schloss zu kommen Und dann werde ich nicht weiterspielen Weil eigentlich ist es ein Koop Run Darum jetzt mal kurz die Frage an euch Hättet ihr eher Lust Dass ich nachher auf Zelda Oder auf Isenkack wechse Habe ich eigentlich irgendwelche Zauber Die ich einstimmen könnte Nö Das ist Pyromantie Das da oben ist ein Zauber Ich kann nur Wunder wirken wie ein Mongo Ja ich hab Zauber Ich hab Pyromantie Die ich nicht nutzen kann Wobei Was ist das? Ähm Welche Stärke Nein das tötet mich Das ist schlecht Ähm Ich will Zeldork Leute ich bin enttäuscht Wahrscheinlich habe ich selber falsch gesagt Ich weiß schon nicht mehr Aber das Spiel heißt The Legend of Zelda Oder der Letzte of Zelda Bratz von die Fratz mit mir Dem kleinen Fratz im Terminats Ja Mit äh Der Hund die Strategy Guide Oh ja Dann kann ich schön Zelda aufnehmen Meine Fresse dann halt so Dann lade ich das frech wie ich bin Als Sonntags Folge hoch Weil für Sonntag habe ich tatsächlich noch keine Folge Ich bin schon frech Ich weiß Wir versuchen auf jeden Fall jetzt ein zweimal zu dem Bonfire zu kommen Gutes altes Anor Londo Ich bin ja jetzt nicht viel weiter als schon Ich bin durch die Kirche Und das war's Das reicht oder? Mehr muss ich nicht Ich muss jetzt nur den Gargoyle weg Machen An dem Riesen vorbei An den Viechern vorbei An noch mehr von den Viechern vorbei An den Bogenschützen vorbei Dann bin ich eigentlich schon da Ich will einen Schweif nicht abschlagen Bin ich zu faul für Also Peak Schild Oh Oh ich habe mich erwischt Oh jetzt guckst du Au Goddammit Ross Äh Oh oh Ich stecke irgendwo fest Lass mich mal ganz kurz in Ruhe Ja Bist du dämlich Oh fuck Äh Ich glaube ich heile mich mal Weil ich spiele gerade nicht profimäßig Seit wann kannst du Blitzel Guck mal Das kann ich aber auch Mein Freund Zip Wui Äh Ich habe eine falsche Torf gedrückt Beziehungsweise ich habe angreifen und rollen gedrückt Und dann hat er angegriffen Matsch Kuchen Ist dir gut Ich habe Jetzt habe ich ein Schild Kann der Schild was Naja Was mal anziehen Naja Scheiße Physisch Er ist besser gegen Feuer und Blitz Macht der irgendwas Ja Ja Termin Das kann profimäßig spielen Pac-Man Keine Ahnung Wahrscheinlich nicht Komisch Ich glaube die Haken Gargäule Elevary war es die Er meine Resistenzen erhöht Aber das Schild ist ja im Grunde doof Weil 85 Physische Abwehr ist zu wenig Für meine Belangen So wie machen wir das am besten Wahrscheinlich schreien und rennen Gutes Achso Ich finde Wie der seine Beine bewegt beim rennen Das ist Das ist ekelhaft Deren Schilde sind so gut Die ähm Dauer Oh die sind aber schwach Äh Die lassen alles abprallen Ob jetzt Ich mit Blitzen angreife Feuer, Magie Oder eben physisch Da kommst du nicht durch Wie renne ich an euch vorbei Schreien und rennen Easy Lauf, 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 lauf Warte, die können hier durch Ich muss die nicht töten, oder? Bleibt mir bitte weg Ich stelle mich hier hinten in die Ecke Dann verlieren die mich vielleicht Easy Alles gut Ähm Kalle ist jetzt Madi als gegen Heiß Was? Das ist ein Gespräch Unter euch Da habe ich keine Ahnung von Kann ich hier durch die Treppe gucken? Absolut kann ich hier durch die Treppe gucken So Ihr seid hammerhart gay Deswegen Friss ne Blitz Piu Wow Der macht gar keinen Schaden Der kann das auch Ach Das ist schlecht Frau Jen Oh, oh Anvisieren, anvisieren Danke Mal wieder super hilfreich Sackkopf Kann ich die backstamp? Ja gut Ich wahrscheinlich nicht Andere vielleicht Ich nicht Fuck Fuck You Sie verarschen Jetzt Stimmt doch einfach Ob mir was cool ist Nein Okay Ähm Der Ritter Die Ritterficker sind nicht die besten Hitter Ah, okay Äh Also Mach ich das Leben bitte Nicht reimen bitte Ich bin Nicht ganz klar Habe ich irgendwas gehört Kommt da irgendwas Flieg du mal runter Dann muss ich mich nur noch um dich kümmern Du reisst dich hier Gesichtsbratze Matsch Da war einfach Habe ich den Ring des bösen Auges an? Das ist ja süß So Wie komme ich hier jetzt vorbei Wenn ich das First Try schaffe Dann ist irgendwas falsch Dann habe ich Angst vor mir selber Hallo Ich will euch nichts böses Okay Wir wissen, dass es gelogen Vielleicht kann einer von euch runterfallen Das wäre sehr cool Ihr kommt hier nicht drauf Oder ihr seid zu fett Nummer 1 Profimäßig besiegt Wie immer Ja, komm Ja, was jetzt? Was machst du jetzt? Zu guter Letzt Noch einen schönen Sexy Blitz Ich hasse Wieso schießt er auf den Boden Wenn der Gegner ganz klar In der Luft ist? So Und jetzt kommen wir zur zweitbesten Stelle In Anor Londo Wenn man Die Bosse mitzählt Schrei und renn Können die mich eigentlich treffen In dem Ding? Also die können mich auf jeden Fall jetzt treffen Das weiß ich Oh Ich weiß nicht mehr Wie die Taktik hierfür wirklich war Du kannst nicht donaten Donaten Ich kann meine Sprache Und Englisch Hilfe Help 1 Scared Vielleicht soll ich Ich weiß nicht ob Blitze oder nicht Ich hab mich dann das doch verwirrt Ich glaube ich kann die parieren Ich bin aber schlechte parieren Ich hab Angst Der tötet mich Bin ich geweckt Können sie mich in Ruhe lassen? Boah bist du dämlich Au Oh Gott Ich hab ein Problem Ich hab ein schwerwiegendes Problem Fall bitte einfach runter Vielen Dank Weiß ich zu schätzen Hui First try bitches First try Das wird mir schon Wir am Leben nicht glauben Das wird mir schon Wir am Leben nicht glauben Bonfire Bonfire Cheaten fühlt sich gut an Hey so leer Praise the sun bitch Irgendwas hab ich grad gedrückt Ich will die sun praisen Ich hab was tolles gemacht Praise the sun I'm a sun bro Das war awesome Jetzt kannst du auf die Strasse schlafen Easy every time Sag ich dir Easy every fucking time Gut M Dann switch ich jetzt zu Sylda Da muss ich aber ganz kurz den Stream beenden Beenden Also nicht weglaufen Ich überlege gerade Ich hab leider keine Szene für sowas Dass ich jetzt einfach kurz Ding mach Aber ich will sowieso dann extra für Zelda aufnehmen Also mach jetzt ganz kurz den Stream aus Du kannst dir schon mal überlegen Ob du irgendwo eine Brücke findest Zum drunter schlafen Weil dein Euro gehört jetzt mir Mein Euro Terminers Raus Bis gleich Ich muss jetzt irgendwie eine Aufnahme stoppen Darf ich die Aufnahme stoppen? Bis gleich Und du kannst mir closest